Ich weiß nicht, ob ein Gedanke gegen den Krieg etwas ausmacht, aber wenn eine tolle Sängerin, eine junge Frau gegen den Krieg singt, dann hat das etwas zu bedeuten. Und wenn vier weitere Mitglieder dieser Gruppe gegen den Krieg spielen, dann hat es noch mehr zu bedeuten. Und wenn 150 Leute gegen den Krieg singen, den Refrain zumindest, dann ist es eine Art Bewegung. Vielleicht ist es sogar ein schöner Ausdruck, dass wir nicht gegen den Krieg singen, sondern für den Krieg. Ja, entschuldige. Dann ist es noch schöner. Du hast es schon richtig ausgesagt. Ja, weil es nichts gegen für. Ja, wie viel mehr die Waffe desügendes? Wie viel mehr die Waffe desügendes? Wie viel mehr die Waffe desügendes? Die Antwort, mein Freund, ist bloß in der Wind. Die Antwort ist bloß in der Wind. Die Antwort, mein Freund, ist bloß in der Wind. Die Antwort, mein Freund, ist bloß in der Wind. Die Antwort ist bloß in der Wind. Die Antwort, mein Freund, ist bloß in der Wind. Die Antwort, mein Freund, ist bloß in der Wind. Die Antwort, mein Freund, ist bloß in der Wind. Wie viele Menschen haben sternt. Die Antwort, mein Freund, ist in der Wind. Die Antwort ist in der Wind. Die Antwort, mein Freund, ist in der Wind. Die Antwort ist in der Wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. It's the answer's blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind.